Heute machen wir etwas, was wir wirklich noch nie getan haben, aber vorher musste ich noch ein bisschen was dafür vorbereiten. Und zwar habe ich eine riesige Box voll mit Süßigkeiten und Capri-Sonne gepackt. Leute, welche Capri-Sonne schmeckt eurer Meinung nach am besten? Alle sagen immer Kirsche, aber das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Natürlich habe ich wieder versucht, die Box richtig schön zu machen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann haben wir noch ein paar Autogrammkarten unterschrieben und es ging schon los. Wir sind nämlich zu einer Schule gefahren und haben dort die ganze Tagesklasse von Muis Tante überrascht. Wir wurden auch richtig herzlich empfangen, haben ganz viele Fragen beantwortet und natürlich Fotos gemacht. Leute, mir ist aufgefallen, es gibt in jeder Klasse immer so bestimmte Arten von Schülern. Also zum Beispiel den, der einfach die ganze Stunde über Angst hat, aufgerufen zu werden. Dann die Streber, die einfach am liebsten in der Schule leben würden und die, die einfach alles reinrufen. Schreibt mal, welche Art ihr seid. Aber in dieser Klasse waren wirklich alle einfach so, so lieb und wir hatten richtig, richtig viel Spaß, Leute. Sollen wir sowas öfter machen?